If it ain't love, why does it feel so good, why does it feel so good, if it ain't love, why does it feel so good, why does it feel so good Guten Morgen meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Wie ihr gerade wisst ist hier Family von dem Türkei Urlaub und wir haben sie schon ein kleines bisschen vermisst. Und der Haken und ich haben letztens unsere alten Videos angeschaut, also wir haben ja, gut wir machen jetzt nicht so lange YouTube, aber es sind jetzt schon auch zwei Jahre fast. Und dann dachten wir uns, oh Gott wie klein Miley am Anfang noch war. Also ich habe sie ja, ich persönlich habe sie ja kennengelernt als sie drei war und jetzt ist sie schon unglaubliche acht Jahre alt und das ist so unfassbar für mich. Weil die Zeit so schnell vergangen ist, da habe ich eben auch unsere Videos mit Miley angeschaut und dann dachte ich mir, wäre es so eine coole Idee, wenn ich die schönsten Momente mit Miley mal zusammenschneide und sie euch zeige. Huch, Huch, Nase, ja. Deswegen wünsche ich euch jetzt ganz, ganz, ganz viel Spaß beim Zusehen und hoffe, dass euch das Video gefällt. 7 Punkte. Oh yeah. Helva. 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 Helva ist es. Lecker. Helva. 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 Okay, Punktevergabe. Punktevergabe. Willst du den auch noch essen? Miley, 15 Punkte. Nein Miley, wie Punkte? Wofür. Wie viel? Ballon. Ballon. Lass mal sehen Miley. Ein Partnerluch. Miley's pinke Sonnenbrille und ihre Zahnlücke darf nicht spielen. Wir müssen was zu trinken kaufen. Also ich mache einen Power Rater. Ja, okay. Und Abi wollte Red Bull. Ja, wir sind bei dir. Tschüssi. Ja, wir sind bei dir. Tschüssi. Yeee. So Leute. Die Zahnlücke darf nicht fehlen, ne? Leck mal ab. Leck ab. Ja lecker, Alter. Was veranstaltet sie eigentlich? Wir brauchen Tempo, oder? Was tust du? Schau mir, wie du auch nicht schaust. Du kannst nicht so bleiben. Was tust du? Hast doch gelost, dass es hochkommt. Wenn es in die Köln schaut. Schau mir, wie du auch nicht schaust. Schau mir, wie du auch nicht schaust. Schau mir, wie du auch nicht schaust. Ja. Nee, du schnappst. Buh. Alter, schreck mich nicht. Komm. Hör auf. Noch dreimal. Tanzen. Feiern. 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 Hüpfen. Rennen. Tänzer. Tänzer. Komm jetzt. Komm reinher jetzt. Wohin gehst du? Köln. Nein. Konieker. IM. Spaß haben. Konieker. Nein. Mach noch mal. Versuch irgend ein bisschen anders machen. Hüpfen. Zirkus. Nein. Akkrobatik. Nein. Wurnen. Nein. Okay, mach noch mal. Ich würde auch so. Anders geht es nicht. Okay, mach. Was machst du? Was macht man denn immer so? Schieße! 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 Elfmeter! Fußballspielen! Fußballspielen! Elfmeter! Jonglieren! Jonglieren mit dem Ball! Schießen! Kicke! Kicke! Ball! Ball! Was machst du? Jubeln! Hast du Torjubel? Nein! Was ist denn? Hey, die schießt ein Tor und dann freut sie sich! Ressourcen! Geh wieder! Nein! Torjubel! Nein! Mach jetzt! Torjubel! Singt euch noch zu! Hä? Warte, mach mal! Mille, irgendwas mit Fußball! Ja! Fußballspielen! Was spielt alles? Torwart! Welche Menschen spielen zum Beispiel alles? Deutschland! Sportler! Fußball! Oh, Mille, du ringst mich so auf! Ich komme jetzt nicht! Nein, sag es nicht! Warte! Komm jetzt rückwärts, Alter! Ich kann keine rückwärts, Alter! Ich bin ein Mädchen! Ich bin kein Junge! Ich habe einmal ein T-Shirt an, wo Schmetterlinge drauf sind. Sieht eher so toll aus, ist so wie von dem Schmetterlinge Lieblings T-Shirt. Dann habe ich einmal meinen Rock an, den ich mal ein Geschenk bekommen habe von meiner Freundin. Das ist ein schöner Sprechen! Und das ist dann ein schöner Schmetterlinge drauf! Sophie lieb! Sophie lieb! Sophie lieb! Das war's mit unserem Video mit unseren drei Lieblings-Sommer-Aufels! Ich weiß! Was? Und gib mir einen Daumen nach oben, nicht ihr! Hey! Ich will aber auch einen Daumen nach oben! Okay, für uns beide bitte einen Daumen! Ich bin ein Baby in Lea und der will sein Wies! Komm jetzt einmal ich scheiht rein damit! Das war erst die kleine Runde, warte! Leute schaut mal, Milays Zahn ist abgefallen! Zeigt mal! Oh oh Milay, das blutet! Wir müssen gleich auswaschen gehen! Komm! Schaut mal, das Milays Zahn! Zeig mal! Wow! Ehen! Wow! Sieht noch drüber aus! Nein! Hier noch hier unten, da noch, da noch, da noch! Dann sieht es mir nicht so aus! 1. 2. 3. 1, 2, 3! Monster High! Bibi und Tina Teil! 3. Oha! Du weißt ja schon alles! Ich hab's echt nicht in Vivian Tina 3! Ey! Das Monster heilig... Hellrosa! Hellrosa! Schau! Hellrosa! Rosa-Pinkstee! Yeah! Wie viel stimmt jetzt? Mann, 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 Mann! Letztens im Auto hast du rot gesagt! Was solltest du denn? Wir haben es doch abgesprochen! Hey! Was machst du? Emily singt! Ich möchte einem gescheiter Gitarre machen! Dohlemi! 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 Jetzt ist mein Herr! Mil aí kriegt ihr Nikolausgeschenk von uns! Wie bei jedem Nikolaus? Dohlemi! Wir machen dir doch immer Nikolausgeschenke! Ha! Ha! Hallo Nami! Sag mal Appel auch Danke. Hallo, krieg ich kein Danke? Doch! Kriegst du! Und die liebe Milei und die Ilkay, schaut mal, die wollen jetzt Musical.ly machen. Das kriegen die doch nie hin. Was ist das für ein geiles Lied. Ja, das ist voll cool. Guck mal, ich muss kurz runter. Wie heißt das? Ich weiß. So, Ablofark ist auch drauf. Ich zeichne die Lichtausmahre an. An. Ja, Licht an, da vorne sitzt sie. Ja, aber sie ist eingeschnallt, gell? Leute, ich bin fertig. Ich habe die Milei jetzt ganz schön geschminkt. Siehst du dich? Ja. Gefällt es dir? Ja, das will ich. Milet, das ist viel zu schwer für dich. Was darfst du das? Milet, du kippst um damit. Oh, oh. Wer hört die lalala, hört die Musik zu kommen, ok? Ich schiebe. Lass mich mal du lalalala. Hast du auch was schönere? La la la. Drei. Eik. 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 Schaut mal, Nala mag Milet, die schläft auf ihrem Schoß. Schlaft sie? Ja, drehe ich mal ein bisschen zurück. Schaut mal, die schläft. Oh, Milet, du bist viel zu groß geworden. Du bist bald so groß wie du. Ja, voll. Wie oft?